Der Vorleser thematisiert deutsche Vergangenheitsbewältigung nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. In seiner Jugend hat Michael eine Affäre mit Hannah. Viele Jahre später trifft er sie wieder, vor Gericht, wo sie sich als ehemalige KZ-Aufseherin verantworten muss. Am Abend holte Hannah Schmid sie zu sich. Diese Frauen mussten ihr laut vorlesen. Der gleichnamige Roman des deutschen Bernhard Schlinck diente als Grundlage für den Film. Gedreht wurde überwiegend in Deutschland. Wir kamen für zwei Jahre nach Berlin und arbeiteten dort mit einer tollen Crew und großartigen deutschen Schauspielern. Der Roman Schlincks ist das erste deutsche Buch, das es auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times schaffte. Ein gutes Oscar-Omen? Bereits bei den Golden Globes gewann Kate Winslet souverän. Sie wurde für ihre Leistung in Der Vorleser ausgezeichnet. Die Rolle der ehemaligen KZ-Aufseherin Hannah spielte sie so überzeugend, dass sie nun auch beim Oscar nominiert ist. Sie haben Frauen ausgewählt und gesagt, du, du und du wirst zurückgeschickt und dann ermordet. Ich war völlig nervös. Man ist immer nervös, wenn man so eine Rolle spielt, aber dann auch noch der fremde Akzent. Ich musste ja eine deutsche Frau spielen. Fünfmal war Kate Winslet bereits für den Oscar nominiert, musste aber ohne Trophäe nach Hause. Fünfmal war Kate Winslet für eine Legende. David, von Stephen. Ah, David! Herzlichen Glückwunsch! Schön, dass du... wir wussten gar nicht, dass du da bist. Ja, David, von Stephen. Stephen, ein Freitag, hier zu treffen. Sehr schön, von Stephen. Stephen? Der Vorleser, der Reader. Ja, ja, aber du hast so viel Zeit in Berlin, du musst lernen. Du musst lernen. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Aber du machst Deutsch. Ich mache auf Deutsch, aber du machst Englisch. David, stand denn die ganze Zeit fest, dass du heute hierherkommst? Oder ist das jetzt eher per Zufall? Hast du gestern einen Anruf bekommen, du darfst auch auf den roten Teppich zu den Oscar? Nein, so kurzfristig war es nicht, aber seit Donnerstag bin ich hier und es ist toll, hier zu sein. Es ist aufregend. Stephen, you picked David as, you know, the main actor besides Kate Winslet. What convinced you that he would be the right choice to play that important part in The Reader? It's very hard complimenting somebody standing next to you. No, I'm gonna... Dreh dich kurz um. Because he's an astonishing young actor. I think Germany's got so many brilliant young actors at the moment. David stands out as being one of the exceptional ones. He really is. Yeah, I'm going. Was war denn für dich jetzt... I mean, there are a couple of really important scenes, especially the ones with Kate Winslet. And everyone has been talking about being naked, the love scenes, the lovemaking between, you know, David and Kate. How did you try and make them feel comfortable on set? I mean, was it like a closed-up set? Did you tell everyone to walk off or...? Oh, sure. That's the easy thing, but being very precise, I think. Very specific about what the scene was doing. No improvisation, this is what we're doing. But Kate was fantastic, wasn't she? She's done a lot and she's very careful and very kind. And we actually had a laugh in the end. Wie war's für dich, David? Am Anfang war ich total aufgeregt, aber wie er schon gesagt hat, Kate hat eine gute Atmosphäre geschaffen. Und er war, Steven wusste immer genau, was er haben wollte. Und die beiden haben total viel geholfen. Wo ist Kate? Where ist Kate? Now? Just over there. Sorry, you asked me, where is she? Just over there. Okay, so she's coming. Are you going to tell her to stop by the Germans? Of course. David, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Super Film. Thank you, Steven. All the best. Also, heute Abend viele Überraschungen. Michael Bulli-Herbig auf dem roten Teppich. David Cross, mit dem hätte man errechnen können. The Reader, der Vorlesung.